Ihm hinterherzulaufen war das Dümmste, was ich je getan habe. Wenn ich an mein bisheriges Leben denke, muss ich zugeben, dass ich viele dumme Dinge getan habe. Ich habe viele falsche Entscheidungen und einige schreckliche Entscheidungen getroffen. Um ehrlich zu sein, habe ich die meisten dieser Entscheidungen getroffen, weil ich meinem Herzen gefolgt bin. Und ich kann nicht sagen, dass ich jede von ihnen bereue, auch wenn einige von ihnen sich als falsch für mich herausgestellt haben. Aber es gibt etwas, das ich in meinem Leben bedauere und das mit dem Mann verbunden ist, den ich am meisten geliebt habe. Verstehe mich nicht falsch, ich bereue es nicht, diesen Mann geliebt zu haben, obwohl ich es wahrscheinlich sollte. Aber ich habe immer gewusst, dass man nicht kontrollieren kann, wen man liebt, selbst wenn diese Person einen nicht verdient. Ich bereue es nicht, ihn geliebt zu haben, obwohl er mich nie geliebt hat, zumindest nicht so, wie er es sollte. Denn so wie ich mich nicht zwingen konnte, ihn nicht zu lieben, konnte er sich auch nicht zwingen, sich in mich zu verlieben. Ich bereue es nicht, ihm mein Herz gegeben zu haben, obwohl er mich verletzt hat. Das war etwas, was ich damals tun wollte und in gewisser Weise war die Liebe zu ihm das Schönste, was ich je erlebt habe, trotz all der Schmerzen, die es mir zugefügt hat. Das Einzige, was ich bedauere, ist, einem Mann hinterherzulaufen, der offensichtlich nicht mein sein wollte. Einem Mann hinterherzulaufen, der mich nicht verdient hat und all mein Stolz und meine Würde wegen ihm zu verlieren. Ich bedauere, dass ich meinen eigenen Wert verringert habe, um diesem Kerl hinterherzulaufen. Es ist nicht so, dass dieser Mann nichts mit mir zu tun haben wollte. Nein, er wollte mich haben, aber zu seinen eigenen Bedingungen. Jetzt weiß ich, dass wir die ganze Zeit in einer Fast-Beziehung waren. Eigentlich war ich in einer Beziehung mit ihm, während er das Leben eines einzelnen Mannes lebte. Ich war ihm treu, obwohl er mich nie ausdrücklich darum gebeten hat, während er nie bereit war, dasselbe zu tun. Ich setzte ihn immer an die erste Stelle, während er nie daran dachte, mich an die Spitze seiner Prioritätenliste zu setzen und mich immer wie eine seiner Optionen behandelte. Ich liebte ihn mehr als mich selbst, während die einzige Person, die er je geliebt hat, er selbst ist. Und das Schlimmste ist, dass ich das die ganze Zeit wusste, obwohl ich es nicht akzeptieren wollte. Das Schlimmste war, dass ich diesen Mann bewusst hinterherjagte, obwohl ich tief im Inneren wusste, dass er mir nie geben konnte, was ich verdiente. Aber trotz allem wollte ich nur, dass dieser Kerl mir gehörte und das war mein einziges Ziel im Leben. Ich war bereit, buchstäblich alles zu tun, nur um ihn dazu zu bringen, sich an mich zu binden. Jahrelang habe ich um seine Liebe und Aufmerksamkeit gebettelt. Ich flehte ihn an, um jeden Preis bei mir zu sein. Aber nichts von dem, was ich getan habe, hat funktioniert. All meine Bemühungen waren umsonst und er lehnte mich immer wieder ab. Und ich konnte nicht verstehen, warum er das tat. War ich das Problem? War ich nicht gut genug für ihn? Was habe ich falsch gemacht? Und was hätte ich anders machen können? Wurde er emotional geschädigt? Hatte er Angst, sich mir ganz hinzugeben? Aber dann hat es mich getroffen. Dieser Mann wollte aus einem einfachen Grund nicht mein sein. Er konnte mich nicht genug lieben. Und daran konnte ich nichts ändern. Und ich vergeb ihm dafür. Ich verzeih ihm sogar, dass er mir Hoffnung gemacht hat und mich nicht ein für allemal verlassen hat, als er wusste, dass das der einzige Weg war, mich von meinem Elend zu befreien. Schließlich war ich diejenige, die es ihm erlaubt hat, mich so zu behandeln. Ich war diejenige, die ihn immer wieder in mein Leben zurückzog, selbst als er mich verließ. Aber eins kann ich mir nicht verzeihen. So sehr ich auch will, ich kann mir nicht verzeihen, dass ich jemandem hinterhergelaufen bin, der nicht mein sein wollte. Ich kann mir nicht verzeihen, dass ich so viel Demütigung durchgemacht und die Tatsache nicht akzeptiert habe, dass er all die Liebe und Aufmerksamkeit, die ich ihm geschenkt habe, nicht wert war. Ich kann mir nicht verzeihen, ich kann mir nicht verzeihen,